Der Rapper Suna befindet sich derzeit sehr krass in Zusammenarbeit mit den Rappern Erenjan und Batu, meine lieben Freunde. Ich habe schon vor vielen Tagen schon darüber berichtet, dass Suna oder vielleicht auch die KMN-Gang sehr eng mit diesen Newcomern zusammenarbeiten, meine lieben Freunde. Man kann es auch auf Instagram sehen, Erenjan folgt die ganze komplette KMN-Gang. Arsand und Suna sind auf jeden Fall mit in der Top-Liste, also Suna ist so oder so der Fedensier, würde ich sogar sagen. Also das Video, wir rollen, wurde komplett directed von Suna. Man kann es auch am Ende des Videos sehen, da steht drauf, sie directed by Suna. Also Suna ist wohl demnach der Manager dieser beiden Rapper, würde ich so sagen. Also er managt derzeit das ganze Vorhaben, was die vorhaben, die zwei Jungs und er kümmert sich ein bisschen darum, dass die sich ein bisschen was aufbauen können, sich ein bisschen etablieren können in der Szene. Ich finde das ziemlich cool, dass Suna den Newcomern die Möglichkeit gibt, es wirklich etwas zu was zu bringen, ja, meine lieben Freunde. Das sieht man wirklich sehr selten. Es gibt wirklich sehr viele Newcomer und ja, also ich finde das sehr interessant. Ich finde es geil. Wer hat das auch so recherchiert und so herausgefunden, meine lieben Freunde, schreib es mir genau jetzt unter die Kommentare, wenn du der Einzige bist, der das gemerkt hat. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschauen, meine lieben Freunde und ich wünsche euch einen schönen Tag. Peace and out.